so und hallo herzlich willkommen hier zu einem neuen Video das ist jetzt der erste Teil von, das ist jetzt 7, der 8. kommt bald, also wird gebaut noch, also von meinen Burgiers, deswegen heißt die Welt auch Burgier, wie man oben sieht, im Creative Mode, weil soweit wäre das nicht möglich zu bauen, und sowas, natürlich auch friedlich, wegen uns, da braucht keiner, Tech-to-Pack mache ich mal keins rein, also es ist jetzt ein Lit-Show, für Fragen, also es ist kein Tech-to-Pack, Attraktion, kann so bleiben und ich lade dann die Welt mal, und was ich kurz sagen kann zu Burgiers, also Burgiers sind Kampfmaschinen in Minecraft, die eben mit TNT schießen, sozusagen, und manchmal auch mit Feuerbänden aus Dispenser, aber, hauptsächlich TNT so, und wir zeigen heute mein V1 also mein Burgier V1, mein V2 steht da, das kommt im nächsten Video wir beschäftigen uns heute mit dem V1 äh, bevor, wie ich jetzt das zeige, also jetzt, so sieht es eine normale Truhe eben aus man kriegt kein TNT, kriegt Fein und Bogen, weil man darf sich ja auch so battlen, also wenn der andere tot ist, hat man eben gewonnen oder eben, wenn der keine Kanonen mehr hat, hat man auch gewonnen oder wenn der rausfällt, dann hat man ja auch gewonnen, weil wenn der nicht mehr Mogi ist, dann hat halt Pech so, hier zum Reparieren, hier Sand, das werde ich auch nochmal erklären, ob man den braucht aber wir gehen das mal rein also ich mach's, also bevor wir reingehen, erstmal Rundflug so sieht eben so aus von der Seite sieht's, naja bisschen komisch aus ich, aber ich find irgendwie in also die Farben sind sehr kräftig in dem normalen Texture Pick also in gar keinem, sozusagen, im Default das sieht sehr richtig schön aus sehr richtig schön, okay ich hab meine Deutschprobleme okay, das dauert jetzt ein bisschen in ewig grad kann ich das vielleicht schneller machen äh, vielleicht jetzt, ah, Entschuldigung so, ist jetzt schwerer so zwar nicht viel schneller, aber es geht schaller fast schon genau, ist ein bisschen, von schräg oben wir gucken uns jetzt hier noch gleich von hinten an von zwei, wie gesagt, da kommt dem nächsten Video und, ja, kommen wir erstmal zum V1, ähm, das V1 heißt, äh, Cat Edition keine Ahnung warum ist schon ein bisschen her, wo ich das gebaut hab deswegen ist es auch nicht grad hier gut sehr gut, Entschuldigung und, ja also es ist auf jeden Fall auch nicht groß, auch wenn es jetzt so hier groß aussieht, aber, ja äh, ne, die Füße sind hohe, deswegen, ja, Tiere ich kann mir mal alles aufmachen, damit die rauslaufen nicht mehr nerven so, hier kommt raus, nerft nicht so, ich hier vielleicht auch noch einen Aufgang hier ich spreche jetzt eh nicht, also ist mir egal so, ihr könnt auch noch einen größeren Aufgang haben hier, bitte hier nicht, weil hier ist eben der Eingang und, gehen wir rein und hier sieht man auch schon, ja große Freiräume, wo du hin ne, bin ich ja nicht, hier sind eigentlich sehr schlecht so, ein Raum ist eigentlich ganz gut eigentlich bei der kleinen und komfortabel ist so, dann sind wir hier in der ersten Etage runter geht zum Ausgang, oben zur Brücke aber wir bleiben erstmal hier hier, keine Ahnung, kann man vielleicht noch irgendwie einen Tisch oder so hinpacken zum Konferenz halten so, dann geht's einmal hier rechts äh, zu einer ganz normalen Zweier-Shotgun, die ich jetzt leider nicht so von so, ich kann mich so reingrieven aber der läuft, egal äh, da läuft jetzt, also wir haben hier da läuft zu Wasser aus oh, das ist aber schlecht ja so äh, ja, eben das Wasser kommt von hinten und also, hier sind ja, das Wasser kommt von hinten damit es eben nicht hier Schaden macht im Morgi, sondern nur eben die Druckwelle die beiden hier wegschießt ist eben die das Prinzip von einer 10-Tiger-Nunde äh, sind eben 4 mal 2 eben 8 und hier vorne nochmal 2 sind insgesamt 10 die man sich hier errechnen kann ich weiß, es ist jetzt Quarz und kein Eisen aber lassen wir mal so im Raum stehen so äh, Schutztest werde ich dann später auch noch machen also, aufs V2 da steht ja da extra schön rum äh, beim V3 V4 und V5 kann leider kein Schuss gemacht werden kann ich jetzt schon mal im Vorauss sagen weil diese beiden eben ähm diese beiden, diese drei einzeln rumstehen also kein Gegenüberuhr gehabt so, hier sind noch dass man selbe Kanone nur gespiegelt äh, ich kann auch hier kann wie kann ich hier direkt hochgehen auf der anderen ok, ich glaube ich hab den Bauch wieder recht hier kann ich ach so, wegen der Brücke stimmt ups, so, da eh nichts da doch, doch, Entschuldigung muss so sein, muss so sein ups, so, da das hab ich gefehlt nimm mal überall Quarz sieht ja fast genauso aus so, also drüben sind noch nicht selbe hier geht's dann in die Mitte zu nochmal zwei die haben aber nur äh sechs und zwei also nicht acht und zwei sondern sechs und zwei hinten äh, die schießt man beide gleichzeitig mit diesen einen Knopf ab deswegen, das war drüben und die Verkabelung obwohl ich mich fragt, ob die da nicht ist ach ne, die geht ja nur da lang und sind das dann beide spät, naja so, hier ist dann eben der Flammenwerfer, den ich auch gerade eben durch das Wasser was runtergelaufen ist Schrott gemacht habe auf der einen Seite Leute, der ist eben hier kannst du da alles ausschalten so, dann gehen wir mal hier ach ne, 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 ne ich hab mal Raum vergessen bevor wir dann mal nach hoch gehen äh, hier Brücke das ist ja nicht besonderes kann man eben hier rausgucken auf den Gegner sieht man zwar jetzt nicht komplett kann er nach oben gucken bringt aber nicht also ein Stück höher wäre noch gut aber naja so, hier gibt's eben Bitten zum Pennen und hier kann man eben noch sich in den Chefsessel hocken dann rausgucken jetzt sieht man, das hat auch nicht gerade viel aber wem's gefällt äh, hier das äh Reizanschaltung wird gut hier auch wegen falls Fragen aufkommen so, gehen wir wieder runter und jetzt gehen wir endlich mittig hoch man sieht ja auch schon das ganze TNT da oben und das sind nämlich zwei Automatics und Automatics laufen mit Sand dazu ist auch der Sand in der Kiste also kurzes ja, hier sind Schilder damit das Wasser nicht ausläuft äh, kurze Prinzip-Erklärung ähm hier sind Pistons wie man vielleicht schon gesehen hat hier unten und da auf der anderen Seite auch so, und die Pistons drücken eben das ganze TNT vor an dieser Reizanschaltung hier das geht dann eben zündet dann eben und schießt so, nach der Zeit durch die Glock die hier hinten eingebaut ist ich auch mal zeigen hier durch diese Glock hier die ist ein bisschen sehr lang deswegen also die ist schon zu extrem lang aber egal sieht schön aus passt schon also auf jeden Fall durch diese Glock eben hier sieht man ja ähm wird eben wenn ich dann hier eben die Hebel vorstieg also Hebel umlege wird eben der Block vorgeschoben und das wird alles gepowert und dann schießt eben die Kanone einmal sobald das Signal wieder da ist schießt die daneben nochmal und der Sand fällt eben runter und dann setzt sozusagen das TNT hier hinten das letzte was dann eben weggeschoben wird und dann wenn der Sand hier vorne und dann ist eben Ende so also die schießt jetzt wie viel mal ähm eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn elfmal schießt sie jetzt zwölfmal ist Maximum von äh pistons die können ja nur zwölf Blöcke schieben so geht's einmal eben da und eben hier drüben aber die sind jetzt auch sehr nutzlos wenn ich mir hier so gucke also man würde jetzt denken es trifft genau diesen Arm hier beim V2 tut's aber nicht weil durch den durch das Abfallen der äh Geschwindigkeit explodiert es irgendwo hier unten was man hier dann noch sehen wenn ich schießt so auf jeden Fall kann man dann eben hier noch höher hier sind wir eben hier hoch und dann sind hier zwei ähm Zerstörerkanonen ich weiß jetzt nicht ob die genau so heißen aber ich nenne die so weil die sehr stark sind wie man hier auch schon anziehen was den TNT sieht also hier 10 Treibladung und 1,2,3 also 3,4,5,6,7 mal 2,14 14 ähm Projektil also Treibladung sind immer die die im Wasser sind und Projektil immer oder auch Munition so und die schießen dann eben gegen das ja hat das andere auch diesen nachträglich drauf gebaut worden so das einzige was man hier oben machen kann ist eben noch den Sand nachfüllen dazu ist der ja unten drin einfach nur bis zur Markierung eben voll dann ist eben voll so das wäre es dann eigentlich schon auch vom kanonentechnischen her äh ja hier ist eben dann noch die Dispenser die ich jetzt leider hier drüben schon vermasselt habe eben mal schauen ob ich das jetzt mal ja genau hier vorne sieht man es ja da fehlt überall Redstone aber hier drüben müsst ihr euch nicht noch gehen deswegen wenn ich ja noch mal was reingehen und kann noch mal das umlegen und kann sich noch mal was also ich mache hier ähm noch mal Beschusstest und Entschuldigung da war ein Programm auf am Laptop und da sieht das ja also da fang ich jetzt mal an äh fang ich mal damit an beim Beschusstest ja das ist noch so eine sehr alte Glock die ist auch voll unprofessionell hahaha so und das ups Scheißding ja sieht man jetzt eben hier durch das Feuer wird natürlich auch die Intege zündet wie sich das jetzt drüben schon zeigt ja also das schießt oben mit Feuer und unten neben mit Pfeilen ganz im Bild gehalten so sieht es eben aus wenn du so schießt ja durch das Wasser wird es natürlich jetzt einfach weg so ist man ja Feuer und Wasser gleich nichts mehr also Wasser schon aber kein Feuer mehr so und da würde ich jetzt sagen schieße ich mal erstmal mit den ähm beiden mittleren Kanonen so ich hier den und Feuer jetzt kriege ich mich einfach mal hier durch wenn ich es kann und da sind irgendwie oh da sind irgendwie die Projektile hängen geblieben lag vielleicht daran dass ich hier oder habe ich den ne ich habe den noch nicht kaputt gemacht die gerade irgendwo ran lag schon also auf jeden Fall haben die jetzt geschossen das schieße ich mal mit jetzt schieße ich mal mit hier hin hä hä was denn dat achso stimmt ja hier wollte ich ja nur Automatik mal reinbauen aber habe es dann doch gelassen so also müsste ich jetzt hier das war jetzt glaube ich der Schaden hier ne 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 wahrscheinlich der da und der andere der da ja also nichts besonderes schlecht eben so hier drüben eben der Stelbe aber ich glaube ja doch ist auch diese Mechanik drin ähm achja weil ich noch kurz sagen kann äh Klaas oder Klaassohn bitte hier nehmen weil sonst würde das Redstone das nervt jetzt ein bisschen manchmal aus äh sonst würde das das Redstone nämlich äh das vorne mit powern der ist TNT und dann wird es hoch gesprengt werden so also einfach da Klaas nehmen ich kann ja nochmal also wenn ihr euch mein TNT Kanonen jetzt Bild angesehen habt was jetzt schon sehr lange her ist es war aber auch am PC ja also das ist schon sehr alt deswegen schlechte Kanonen und so so das ist eben nochmal so hier zuerst das dann das und dann Feuer ja so ist jetzt da hingeschossen oh da läuft Wasser jetzt aus also hat sowas getroffen das ist doch schön so dann hier oben die Kanonen noch die sind sehr stark zieht sich erstmal mit der dann ok jetzt grad nicht weil da schon alles Schrott ist aber genau nehmen wir mal die vielleicht auch die ein besseres Ergebnis danke ja das war natürlich jetzt alles dann klasse aber es hat was getroffen das ist doch schön ja da hier eigentlich schon wieder alles hoch deswegen sollte beim Start auch nie alles befüllt sein also beim Start des Kampfes so jetzt kann ich nochmal die Automatik anzuschmeißen das war dir ok das ist jetzt noch hinten das Signal ok jetzt kommt's jetzt könnt ihr euch ja mal gucken also jetzt läuft eben so das schiebt drinnen und dann schießt sie eben das ist jetzt aber nicht wie ich ja erzählt hab so also schießt sie eben zum Beispiel mal jetzt schießt sie nochmal und möchte zeigen dass die andere Seite auch geht wechsel ich jetzt mal kurz die beide aktivieren weil leider gibt es an der Xbox eine TNT Explosions Grenze von 20 das heißt ihr könnt oh das war ein guter Schuss hat jetzt aber auch nicht viel gebracht weil das eben sehr gut robustes Material ist ähm ja das war wieder schlecht also ist die hier Begrenzung davon 20 geht es leider nicht also beides sonst würde es sich komplett hochjagen ähm falls jetzt jemand denkt 14 und 10 sind doch irgendwie 24 ja sind 24 aber da gehen dann einfach nur hier oben die vierer weg also die verschwinden dann lösen sich in Luft auf und der Rest fällt eben runter deswegen fällt es nicht so auf ich finde es jetzt zwar ein Stück kleiner bollen hier drüben auch aber hm YOLO so also man sieht ja das war jetzt aber hauptsächlich auch dass sich die eigenen TNT Kanonen hochjagt haben aber egal ja dann werden wir uns beim nächsten Mal ähm das V2 angucken was da jetzt schon so halb und drum liegt da gibt es auch ein paar mehr Kanon Typen als nur Shotguns, Zerstörer und ähm Automatics und ja würde ich sagen wer ist es mit dem Video und hä achso ja stimmt das ist ja noch hier so wer ist es mit dem Video und wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder Ciao und dann wir sehen uns dann bei einem en der der ist der 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 des